Hat mich das jetzt was gekostet? Ne, okay, gut. Ähm, können wir doch mal gucken? Ähm, es ist alles ein bisschen sehr teuer, deswegen gehe ich erst zum nächsten Laden, weil noch habe ich ja relativ viel, äh, EVE und Leben. Und deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Upsala. Ich drücke immer noch, äh, Automat Shift fürs Sprinten und dann kommt immer noch dieses Menü. Deswegen nicht wundern, wenn das ab und zu noch kommt, weil man kann ja nicht richtig sprinten im Spiel. Cool. Ein Fließband. Naja, ich gehe jetzt mal weiter. Bleib stehen. Bleib stehen. Cool, die hat sich nicht gewehrt. Das hat sie bis jetzt noch nie gemacht. Das fand ich, das fand ich nett. So, Headshot, mein lieber Headshot. Nachladen? So. So, den Revolver, da sind meistens noch Kugeln drin. Und ja, ich weiß ja, wie es weitergeht inzwischen, zum Glück. Und bis dahin, erst mal den Notschalter aktivieren. Ja! Und ich brauche jetzt mal gleich wieder ein F. Wenn du den Notzugang wählst, musst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er irgendwie einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Der Dr. Steinman, von dem werden wir jetzt einiges lesen und hören. So, und da hinten geht jetzt was auf. Und wir haben jetzt ein geiles MG. Das ist so eins aus Chicago damals. Ich habe also schlafende Hunde geweckt. Was hat mich da jetzt, was trifft mich denn, hä? Lol. So, ich werde jetzt erstmal alles kaputt machen. Oder mir hier auch alles holen, immer. So. Das spart... Oh, Mann! Das spart nämlich am meisten, ähm... Upsala, Munition eigentlich. Einmal spritzen, damit mir das nicht gleich wieder... zum Verhängnis wird. Ich bräuchte mal mehr, ähm... Ich bräuchte mal mehr, ähm... äh... mehr zum Aufladen. Cool. Ah, ich glaube, ich habe wieder... Ne, doch nicht. Ich habe doch nichts zum Aufladen bekommen. Hallo? Cool. Ein kleines Blutbad. So. Und so weiter man oben trifft, desto mehr Schaden macht das. Wobei das nicht wirklich realistisch ist. So, habe ich alles. Ich muss nochmal rumgehen, damit ich die Runde mache und alles loote. Und wie schon gesagt, das ist sehr wichtig, alles zu looten. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Und wir haben jetzt auch hier das MG. Wobei ich jetzt gerade... So. So. Haben wir alles. Jetzt nehmen wir wieder die Pistole. Und benutzen auch immer wieder ein bisschen mehr... Schock. 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 Dafür können wir auch eigentlich das hier nehmen. Werden wir jemanden gut schocken, dann... Ist alles in Ordnung so. Wo ist denn hier... Hier war doch einer mal. So. Und hier können wir jetzt weitergehen. Aber schön leise sein. Keine schlafenden Hunde wecken. Ah, cool. Handtasche. Nein. Botti. Reaktiviert? Muss man den reaktivieren ab und zu? Ach, ich habe aus Versehen ihn deaktiviert. Mit E. Gut zu wissen. Und ja. Wo müssen wir jetzt hin? Ähm. Hier scheint irgendein... Ach so. Hier so eine Erinnerung. Oder was das ist. So eine Vision. Und dann gehen wir doch mal weiter. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, wen das darstellt. Ah. Jetzt weiß ich es. Ihr wisst es noch nicht. Weil jetzt werdet ihr es erst merken. Äh. Ja. E. So. Ja. Und das hier. Surgery. Ne. Chirurgie. Ne. Und dann lesen wir mal. Und man mit E. Oder ist es einfach nur ein Kleckser, der daneben ging, wie die hier unten. Naja. Ich glaube ohne E. Weil das ist ja kein Deutsch, sondern das ist... Ah. Ich meine nicht wieder die gleichen Fehler. Oh Mann. Nein. Nerv nicht. Weg, 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 weg. Warum hat... Ich hab das doch gerade gemacht. Lass mich doch durch, du Pisse. Ey, dieser Roboter ist manchmal echt sehr nervig. Oh geil. Ich hab MG-Munition durch den bekommen. Das lohnt sich, wenn man das macht. Nur hab ich langsam nichts mehr zum Regenerieren. Headshot. Headshot. Hoh. F, F, F. Gott. Weg, 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 weg. Ich hab gleich nichts mehr zum Leben. Ich muss mal langsam welche untersuchen, damit ich wieder was bekomme. Ich brauch was zu essen. 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 Keine Munition. Ich brauch... Tut mir leid. Ah, ich hab was zu essen. Alter, hör auf so rumzustöhnen. Ey, ich brauch was zu essen. Ja, ich geh dann an den nächsten Automaten. Der ist ja auch irgendwo in der Nähe. Aber davor, wir haben ja noch genug Schockschaden. Ah, da ist irgendwas. Ah ne, das ist wieder nur so ein Eintrag ins Tagebuch. So. Zwei Dollar in der Kasse. Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ah, hier sind mehrere. Gut. War hier nicht noch so ne Schießmaschine? Ne. Hä, wo kommen die denn jetzt her? Ich dachte... Wo kam denn jetzt die Schussmaschine? Hier doch. Ah! Oh Gott. So. So. Oh, ey. Was schießt ihr mich denn ab? Kaputt. So. Oh Gott. Ich werd gleich sterben, wenn ich so weiter mach. Was? Der hat ja nichts mehr. Hat der sich leer geschossen? Schade. Ah, hier ist ein bisschen ein Gemundiz. Ah! Gut. Was zu. Was zu schmampfen. Aber ich brauch mehr. Schrank. Was ist das? Hm. Was ist ein Schrank? Behälter sind Objekte wie Tische, Schränke oder Frachtkisten. Drücke nicht vergeben. Was? Äh. Um einen Behälter zu öffnen. Hä? Ah! Drücke dann noch einmal nicht vergeben, um den Inhalt zu entnehmen. Oh Gott. Leute. Ich war das letzte Mal. Ach. Ich war das letzte Mal, ähm, an einer Stelle, wo man einen Behälter öffnen musste und ich kam nicht weiter. Äh, warte. Steuerung. Äh. Warte. Hier kann man nämlich nichts einstellen. Wie kann man das denn vergeben dann? Spieloption. Warte. Das fand ich nämlich ziemlich blöd. Ach gut, wie können wir die Dialoge anschalten? Also als Schrifttrial. Manchmal sind die doch sehr undeutlich. Hä? Aber wo kriege ich denn jetzt... Wo kriege ich das denn jetzt reingeballert? Dass man die öffnen kann? Das muss man ja irgendwie machen können. Oder muss ich das im Hauptmenü machen? Hm. Nein. Ah, Tastenbelegung. Werden die Änderungen verworfen. So. Alter Schwede. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich da dran war. Bewegung, Equipment. Ähm. Nächste Munition. Nein, das ist mir alles egal. Äh. Sonstiger. Hier. Nicht vergeben. Was war denn hier? Nicht vergeben. Little Sister Ausbeuten. Genau. Du mich auch. Das kommt dann schnell auch noch. Ähm. Ne. Equipment 1. Wo war das denn? Irgendwas, was nicht vergeben war. Ne. Das ist ja alles in Ordnung. Ähm. Das müssen wir dann... Muss ich dann irgendwann mal wann anders machen. Weil das ist ziemlich blöd. Erneut suchen. Muss ich mal gucken. Speichern. Äh. Wo man das machen kann, das kann ich jetzt nicht. Zurück. Und weiter. Das ist ein bisschen sehr blöd, weil ich... Ich kann das... Warte. Wie kann ich das denn öffnen? Das ist richtig blöd. Weil nicht vergeben ist blöd. Das werden wir dann spätestens an der Stelle machen müssen, wo ich das letzte Mal nicht weitergekommen bin, weil da müssen wir irgendwas rausholen. Oh, er ist bald tot. Nein, Roboti. So, weiter geht's. Dann gucken wir nochmal. Ah, geil. Warte. Ich muss mal nachladen. Und gehen jetzt mal hier längs, weil hier sind die... Ah, ja doch. Die Läden. Äh. Der hatte das da. Der hatte nur Patronen. Das heißt, ich schließe nochmal. Und der hatte auch Medizin und sowas. Deswegen hacken wir den mal. Wartet. Nochmal zurück. Äh, V. Das ist auch wieder relativ easy, glaube ich. So. Ähm. Ja. Ich suche jetzt aber so ein Stück. Was? Ich muss auch so ein Stück finden. So. Ähm. So. Ähm. Mem, 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 mem. Ich muss eins weiter nach oben gehen. So. Ich brauche noch mehr Stücke. Dann noch so eins. Dann brauche ich eins zur Seite. So. Dann brauche ich noch mehr zur Seite. Ich brauche noch welche zur Seite hier. Eins. Ey, wenn ich nicht genug habe, doch sollte ich haben. Gut, gut, gut. Ach, geschafft. Und ja. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn das das hier trifft. Ist es dann random, wo es hingeht? Egal. Fertig. Fertig. Und dann wollen wir noch mal Objekte kaufen. Weil ich brauche... Es wird langsam knapp hier. Zumindest das hier. So. Zwei Stück sollten reichen. Schließen. Und bei der Spritze... Da müssen wir uns gleich mal wieder einen Farb reichen. Und wir gehen jetzt weiter. Wo war das nochmal längst? Ach ja, ich habe ja den tollen Pfeil. Der mich manchmal in die Irre führt. Ähm. Hier ist eine... Ach gut. Was zum Einsammeln. Ich muss aber wirklich wissen, wie immer das öffnet.